Fink-Finken-Tiro-Animals-Natur-Selng-Kenzi-Sel-Zang-Kenzi-Autor-De-Sel-Zang-Kenzi-Die-Finken, Fringelide, sind eine artenreiche Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel, Passa-I-Formes. Auch die Prachtfinken, Estreldide, und einige Arten der Amman, Emberizide, Tangaren, Tralpide, Kardinäle, Kardinalide, Sperlinge, Passeride, und Wibbervögel, Plokide, werden als Finken bezeichnet. Von einigen Wissenschaftlern werden bei Weiterfassung der Familie die Sterlinge, Icteride, Waldsänger, Parulide, Amman, Tangaren, Kardinäle, Trugwaldsänger, Beudetramide, und Rosenschwanzgimpel, Urukenkramide, in die Fringelide einbezogen. Die Familie der Finken enthält 40 Gattungen, davon 6 ausgestorben, und etwa 200 Arten, davon 14 ausgestorben. Finken sind kleine bis mittelgroße Vögel von 9 bis 26 cm Länge. Sie besitzen einen kräftigen, meistens kegelförmigen Schnabel, der bei den Kernbeißern sehr groß ist. Auffällig sind die Schnäbel der Kreuzschnebel, Luxia, deren Spitzen überkreuzt sind. Alle Arten haben 12 Schwanzfedern und 9 Schwungfedern. Das Schwanzende ist meistens eingegrabt. Die Färbung des Gefieders variiert innerhalb der Familie stark. Die Bandbreite reicht von unauffällig grau, grünlich oder bräunlich gefärbten Vögeln bis zu Arten mit auffällig gelben, roten oder blauen Gefiederparteien, wie etwa bei Gimpel, Pörhula-Pörhula, Iwi, Vestiaria-Kokkinea, oder den Arten der tropischen Unterfamilie der Organisten, Euphomine. Bei vielen Arten sind die Männchen auffälliger gefärbt als die Weibchen. Bei einigen ist das Winterkleid schlichter als das Brutkleid, oder der Schnabel ist im Winter heller, so etwa beim Kernbeißer, Kokkotraustes-Kokkotraustes. Fünken sind mit natürlichen Vorkommen fast weltweit verbreitet. Sie fehlen nur in der Antarktis, auf zahlreichen kleinen Ozeaninseln sowie in Madagaskar, Neuguinea, Australien und Neuseeland. Die größte Vielfalt kommt mit 18 Gattungen und etwa 70 Arten in Asien vor. In Europa gibt es dagegen nur 20 Arten aus 8 Gattungen. Afrika besitzt etwa 50 Arten und ist mit 35 Arten das Entfaltungszentrum der Gialitze, Serenus. In Nord- und Südamerika zusammen sind etwa 60 Arten aus 8 Gattungen heimisch. Die Organisten, Euphomine, kommen ausschließlich hier vor, und die Zeisige, Kadylis, sind mit 19 Arten besonders reich vertreten. Auf den Hawaii-Inseln hat sich die Unterfamilie der Kleidervögel, Trepanidine, mit ursprünglich 34 Arten sehr reich diversifiziert. Einige Arten der Familie wurden über ihr ursprüngliches Areal hinaus eingebürgert, so etwa in Australien, Neuseeland und auf Hawaii. Die Finken besiedeln eine Vielzahl von Waldtypen, wie Nadelwälder, Laubwälder der gemäßigten Breiten oder tropische Bergregenwälder, sowie Waldränder und Lichtungen. Arten der Organisten, Euphomine, kommen auch in Tieflandregenwäldern vor. Zahlreiche Arten bevorzugen eine offene Landschaft mit Bäumen und Gebüschen, wie sie in der Kulturlandschaft, etwa in Parks und Gärten, vorkommt. In den Tropen werden auch Savannen sowie Gras- und Buschland besiedelt. Randbereiche des Vorkommens von Finken sind felsiges Wüstengelände, strauchbestandene Tundra und tropische Papyrussümpfe. Einige Arten, etwa die Schneegimpel, Leukostikte, besiedeln Felshänge und Grasland oberhalb der Waldgrenze. In den Anden erreicht der Schwarzzeisig, Kadylis atrata, eine Seehöhe von 4.500 Metern, im Himalaya der Martenschneegimpel, Leukostikte, brandt die, sogar 5.400 Meter. Fürchtenkreuzschnabel? Luxiakor virustra, Finken ernähren sich hauptsächlich von Samen, Früchten und Knospen. Der Kernbeißer knackt mit seinem großen Schnabel sogar Kirschkerne auf. Die Kreuzschnäbel sind durch die Form ihres Schnabels darauf spezialisiert, Samen aus den Zapfen von Nagelbäumen zu holen. In der Brutzeit werden von manchen Arten auch Insekten, Spinnen und sogar Regenwürmer erbeutet und vor allem an die Jungvögel verfüttert. Die meisten Arten sind Standvögel oder sie verlassen im Winter nur die nördlichsten Teile ihres Brutgebiets, nur wenige Arten ziehen aus ihrem gesamten Brutgebiet fort. Unter den Finken ist der Bergfink der Vogel mit dem ausgeprägtesten Zugverhalten. Er verlässt sein Brutgebiet, das die nördliche Waldzone von Norwegen bis nach Kampstjetka umfasst, vollständig. Außerhalb der Brutzeit schließen sich viele Arten zu großen Gruppen zusammen. So führten zwei Mastjahre von Rotbuchen in den Wintern 1946-47 und 1951-52 dazu, dass sich riesige Scharen von Bergfinken in der Schweiz sammelten. Man schätzt, dass aufgrund der damaligen günstigen Buchenmast sich bis zu 100 Millionen Bergfinken in der Schweiz konzentrierten. Der Flug ist meistens hüpfend, bei einigen Arten auch wellenförmig. Durchschnittlich werden Finken zwei bis drei Jahre alt. Bei einigen Arten kann allerdings in Einzelfällen, insbesondere in Gefangenschaft, ein Alter von über 15 Jahren erreicht werden. Die Männchen tragen in der Brutzeit ihren zur Revierabgrenzung dienenden Gesang vor. Dabei sitzen sie meistens auf Bäumen, seltener führen sie einen kurzen Balzflug aus. Unter den Finken gibt es sehr gute Sänger, wie den Buchfinken, Fringela Coelips, oder den Kanaren Gielitz, Serinus Canaria, aber auch Arten mit eintönigem Gesang, wie etwa den Bergfinken, Fringela Monti Fringela. Der Name des Vogels ist vom Klang seines Rufes Fink hergeleitet. Die napfförmigen Nester werden vorwiegend vom Weibchen, meistens auf Bäumen oder in Sträuchern, gebaut. Das Weibchen legt meistens drei bis fünf Eier und bebrütet sie etwa zwei Wochen lang. Die Jungvögel werden von beiden Eltern gefüttert. Die Stiglitzatigen, Unterfamilie Cadillene, füttern die Jungvögel aus dem Kropf, vorwiegend mit Samen und Früchten. Dagegen tragen die Edelfinken, Fringelinen, das Futter im Schnabel und verfüttern fast ausschließlich tierische Nahrung. Die Jungvögel verlassen nach etwa 11-28 Tagen das Nest. Meistens kommt es zu zwei Bruten im Jahr, bei tropischen Arten auch zu mehr. Alle bisher ausgestorbenen Arten lebten einst jeweils nur auf einer einzigen kleinen Insel, 13 davon auf einzelnen der Hawaii-Inseln, eine auf den zu Japan gehörenden Bumha-Inseln. Nach wie vor sind elf weitere der bisher auf Hawaii überlebenden Kleidervögel, Drepanidine, vom Aussterben bedroht, die übrigen sind fast alle auf längere Sicht ebenfalls gefährdet. Stark bedroht ist auch der Einfarb-Gimpel, Neospiza-Concolor, von der kleinen Insel São Tomé im Golf von Guinea. Die Art wurde erst 1991 wiederentdeckt, nachdem sie lange als ausgestorben galt. Der heutige Bestand wird auf weniger als 50 Individuen geschätzt. Vom Aussterben bedroht sind weiters auch die auf der Insel Hispaniola beherimatete Kreuz-Schnabel-Art Luxiamega Plaga, der Azoren-Gimpel, Pyrhula-Murina, der im Norden von Venezuela lebende Kapuzenz-Eisig, Cadillus Cucculata, der Somali-Hänfling, Cadillus Johannes, und der Anco-Berger-Litz, Serenus. Anco-Berensis, aus Äthiopien. Drei weitere Arten der Stiglitzatigen, Cadilline, gelten als gefährdet. Die wichtigsten Gefährdungsursachen liegen oft im kleinen Verbreitungsgebiet der betroffenen Arten und den dadurch bedingten kleinen Populationen, was zur Folge hat, dass sich sowohl die Zerstörung ihres Lebensraums durch direkte menschliche Eingriffe oder indirekt durch fremde Pflanzen- und Tierarten als auch die Einschleppung von Tieren wie etwa verwilderte Hauskatzen oder Ratten, die entweder die Vögel selbst erbeuten oder deren Gelege plündern, besonders stark auswirken. Im Fall der Hawaii-Schienkleidervögel, Drepenedine, spielen zusätzlich noch eingeschleppte Krankheiten, nämlich Vogelpocken und Vogelmalaria, eine wichtige Rolle. Die meisten Arten kommen nur in höheren Lagen oberhalb 1250 bis 1500 Meter Seehöhe in ausreichenden Populationendichten vor, da in diesen Höhenlagen die Stechnücke Culex quimquefasclatus selten ist, die die Malaria überträgt. Besonders problematisch ist damit das Überleben der Kleidervögel auf den Inseln Kauai, Oahu, Molokai und Lanai, die diese Höhe nicht erreichen oder nur wenig überragen. Für die Bedrohung des Kapuzenzeisigs, Cadules Kukulata, ist in erster Linie der illegale Fang- und Handel verantwortlich. Ebenso hatte beim Aussterben des Mammu, Drepades Pacifica, von Hawaii die Bejagung durch die polynesischen Ureinwohner eine gewisse Bedeutung. Und die Bejagung der Bejagung durch die Bejagung mit der Bejagung der Bejagung ist. Vielen Dank.